Herzliche Grüße aus Berlin. Man sieht auch hier Weihnachtedessert. Ich komme gerade aus einer spannenden Plenarsitzung und habe mir gedacht, es muss aber Zeit sein für Weihnachtsgrüße an euch, an Sie. Ich werde die Festtage zu Hause verbringen, hoffentlich ruhig auf dem Sofa mit der Katze und ein bisschen Bob Dylan hören, nicht zu leise. Euch und Ihnen allen wünsche ich frohe Weihnachten, viel Spaß, Ruhe und natürlich Frieden, nicht nur zu Hause, sondern weltweit. Vielen Dank.